Guten Abend, bevor wir zu einer kleinen Ladeformel kommen heute, haben wir die Abordnung, die in Grauswürgen. Guten Abend, hallo. Ich habe heute mal daran gewollt, dass ich vor unserem Spaziergang mal was sagen kann, weil das so eine starke und bedeutungsvolle Veranstaltung gewesen ist, die gestern in Karlsruhe stattgefunden hat, dass ich das wirklich ganz viel noch sagen will. Gestern hat es in Karlsruhe was passiert, was aus meiner Erfahrung in der Bundesrepublik so noch nicht stattgefunden hat. Gestern zum Tag der Menschenrechte, das war wahrscheinlich auch der Anlass gewesen, dass man das auf den gestrigen 10. Dezember gelegt hat, sind fast 600 Klagen gegen Bundestagsabgeordnete, gegen Richter, gegen Verantwortliche beim RKI, gegen Verantwortliche beim Robert Koch-Institut und gegen viele andere wesentliche Funktionäre in hohen und höchsten Positionen abgegeben worden beim Generalbundesanwalt. Und dazu war gestern die Veranstaltung organisiert durch viele Anwälte, was zusammenlief bei dem Anwalt Ralf Ludwig, der auch in Bautzen gewesen ist, im Zusammenhang mit dem Verfahren von Jule Neigl. Und das war eine Veranstaltung gewesen, die war so klar in ihren Aussagen gewesen, die war so klar in ihren Forderungen, in ihren Botschaften gewesen. Das hört man in keiner Plenarveranstaltung im Bundestag oder auf regionaler Ebene. Dort ging es nicht darum, wir wollen mal, wir machen mal, wir müssen mal drüber reden, sondern dort ging es ganz klar darum, was ist hier passiert und wir fordern. Und das kompromisslos. Das war so stark gewesen, das war so beeindruckend gewesen, das hat so einen Mut gemacht, dass wir vertreten werden durch Vertreter des Rechts, dass die für sich, für uns alle so einstehen und auch nie anfangen, bei Mitarbeitern vor Ort Klagen zu führen oder bei mehr oder weniger kleinen Mitläufern oder wenig Nachdenkenden, die ihre Rolle natürlich auch gespielt haben zu unserem Nachteil, sondern die setzen ganz, ganz oben an bei den Verantwortlichen. Und wenn, das wurde gestern auch schon mitgesagt, wenn dieses Verfahren ohne Ermittlung des Generalbundesanwaltes nie zugelassen wird zum Beispiel oder nie den Erfolg hat, nie den gewünschten Erfolg hat, dann ist das die Voraussetzung dazu, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiterzugehen. Und dort wurde ganz klar geäußert, dort wurde auch durch Vertreter aus Österreich, durch Vertreter aus der Schweiz und den Anwälten aus Deutschland gesagt, das ist eine internationale Zusammenarbeit auf europäischer Ebene mittlerweile, dass der Rechtsrahmen hier ausgeschöpft wird. Und das war also sowas von beeindruckend und, wie gesagt, und sowas von mutmachend gewesen, dass das auch alles nie umsonst ist, auch von unserer Seite nie umsonst ist, dass wir auch da sind und dass wir das auch nie vergessen wollen und dass wir das durchgehalten haben und dass das eben auch von diesen Rechtsanwälten, dass das nie vergessen wird und dass die Sache dort weiterbetrieben wird und so strukturiert auch weiterbetrieben wird. Wie jetzt mal den Bezug oder den Bogen nach Bautzen zu schlagen, die Überlegung natürlich, was gibt diesen Menschen diese Kraft, das vorzubereiten, so in einer Riesenveranstaltung mit tausenden von Teilnehmern, wie das gestern gewesen ist, das vorzubereiten, die Klagen vorzubereiten, alles dort ringsherum vorzubereiten, was, woher nehmen die ihre Kraft, das frage ich mich. Und darüber haben wir, als wir Neuen, wie wir zusammen gewesen sind, auch viel nachgedacht. Und das ist die Verbindung zu uns. Der Ralf Ludwig und die anderen, die dort gesprochen haben, die haben sich so oft bei allen, ob das nur Kursruhe gewesen ist, wo auch immer, die haben sich bei allen bundesweit bedankt, dass wir auf die Straße gehen, dass auch wir das nie vergessen, dass wir dabei sind, dass wir durchhalten. Und das ist der Punkt, wo wir diesen unseren Vertretern die Kraft geben, wo das letztendlich ein gegenseitiges Kraftgeben ist. Die geben uns die Kraft, dass wir, oder nach meiner Überzeugung, die geben uns die Kraft, wo ich mir sage, das ist alles nie umsonst, hier jeden Montag wieder zu kommen und auch weiter jeden Montag wieder zu kommen. Und andererseits geben wir diesen Menschen auch die Kraft. Einschließlich den Michael Wallbeck beispielsweise, den Namen will ich auch mal mitfallen lassen. Der war gestern auch mit dabei gewesen. Also faszinierend. Und was mich ganz, ganz, ganz doll beeindruckt hat, das sind ja nur ganz viele Stunden und ich gehe auch nie ins Detail, aber ich will mal eine Sache mit dazu sagen. Menschenrechte, das war ein Anwalt aus der Schweiz, der hat das so klasse rübergebracht mit den Menschenrechten. Ich will mal mit drei Sätzen dazu was sagen. Er hat keinen Vortrag gehalten, sondern das war eine Interaktion mit uns als Zuhörende gewesen. Menschenrechte. Wer hat die Menschenrechte? Wir als Menschen haben die Menschenrechte. Jeder. Warum? Woher haben wir diese Menschenrechte? Wer hat uns diese Menschenrechte gegeben? Der Schöpfer. Letztendlich, er sagt, der Philipp sagt, der Schöpfer, wir haben die Menschenrechte, weil wir Menschen sind. Und diese Menschenrechte sind, können in uns nicht genommen werden. Diese Menschenrechte sind unteilbar. Wir haben diese Menschenrechte. Nach Freiheit beispielsweise. Man kann bei Amnesty International mal nachgucken, was die Menschenrechte oder was man alles unter Menschenrechten versteht. Und das ist so stark dargestellt. Und dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Letztendlich, wenn wir uns dessen bewusst sind, die Kraft ist bei uns. Weil wir sind die vielen. Und wir haben die Vertreter oder diejenigen, die das, was wir wollen, auch weiter transportieren. Und das ist ganz klar geworden an dem gestrigen Tag. Es ist vieles bei YouTube zu sehen gewesen. Vielleicht mal reingucken. Z-A-A-V-V ist der Verein, den der Ralf Ludwig dort ins Leben gerufen hat und der das wesentlich betreibt. Also höchst beeindruckend, was dort passiert ist. Und jetzt will ich nochmal den Bogen nach Bautzen schlagen. Wir sind dort mit dem Banner vom Gesundheitswesen unterwegs gewesen. Und wir hatten auch mitgehabt das Ortseingangsschild, was Katrin und Veit organisiert haben und besorgt haben. Also mit dem Bautzenplakat. Und es ist wie bei jeder überregionalen Demonstration. Also wenn man mit dem Bautzenplakat dort hingeht. Es ist Wahnsinn, wie das, was wir hier machen in Bautzen. Also was Veit von euch organisiert wird. Was von uns, die wir immer mit dabei sind. Welche Ausstrahlungskraft das hat. Also man wird, wir sind auf dem, das ist der Platz der Menschenrechte. Übrigens dort vor der Bundesanwaltschaft. Und wir sind auf dem Platz drauf. Und da war der, wer hat den Film gemacht hier über den Janz und King? Der Alexander Tuszynski. Und wir sind in einer völlig fremden Stadt auf den Platz gekommen. Da kam der Alexander Tuszynski zu uns. Hey Bautzen. Das war so cool gewesen. 600 Kilometer und dann kommt man dort drauf. Und dann, also das ist so stark. Und wir haben halt eben ein paar O-Töne mitgebracht. Mal sehen, ob es die Technik hergibt. Die Grüße nach Bautzen aus Karlsruhe. Ich war sehr, sehr gerne auf dem Bautzen und habe sehr gerne besprochen. Ich mag die Atmosphäre. Ist das Tuszynski? Sehr engagiert. Ich probiere das sehr gerne mitmachen. Ich habe mal gerne rausgesprochen. Die Grüße nach Bautzen aus Karlsruhe. Haben wir noch mehr, oder? Also ganz lieben Grüße nach Bautzen. Ich danke euch von Herzen, dass ihr das, was ihr jede Woche auf den Schein bestellt, was ihr euch macht. Ihr braucht gar nicht, was ihr für uns geworden seid. Ich selber bin aus Bautzen. Und ich habe am 1. Mai bei euch vor dem Rathaus auf der Bühne gestanden. Ich habe zu euch gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch an mich. Und ich freue mich, dass ich heute hier in Grazburg gerade eben Leute aus Bautzen mit dem Bautzener Ort stelle. Und ich will euch einfach sagen, ihr seid hoffen. Und dort gibt es so viele von uns. Ganz, ganz viele, die du bist. Und ich schüsse dich nach der Welt. Ich kann sehr gut hören. Und bitte macht weiter so. Ihr seid einfach mega. Ihr seid Hoffnung. Macht weiter so, hat sie gesagt. Also wir. Ich bin auch Bautzenerin, wohne aber zur Zeit in der Schweiz. Das ist seit 2009. Und ich verfolge euch immer, was ihr im Bautzen alles tut. Das ist super. Bis in die Schweiz geht's. Ich habe auch schon gehört von Leuten aus unserer Gegend hier mit den Bautzen auf den Weg gefahren. Und wir sagen alle, die Bautzener, wir sind noch viel läppiger im Widerstand, als jetzt hier Leute in Altenberg. Und ja, die haben viel mehr Feuer im Winter da, in ihrem Widerstand. Das ist so, wie das Letzte. Das ist so, wie das Letzte. Da sage ich schon zwischendurch noch meine Schlussworte. Vielleicht kannst du, und dann wird es dann abschließend eingespielt. Also die Rückmeldung, die wir bekommen haben, ist einerseits, ist das ein totales Mut machen, ist das eine totale Anerkennung, auch für das Org-Team. Das kann ich bloß immer wieder sagen. Die das ja jede Woche für uns auf die Beine stellen und für uns den Termin machen, dass wir dabei sein dürfen. Und für die Mediziner, für uns alle, die wir immer dabei sind. Und es ist aber mittlerweile, ist es auch, wenn man die anderen oder aus den anderen Städten so die Rückmeldung bekommt, mittlerweile ist ja sogar eine gewisse Verpflichtung daraus erwachsen. Weil an so vielen Stellen wird gesagt, wir gucken auf euch, Bautzener, wir gucken auf euch. Und das ist es auch. Also wir wollen die, die uns vertreten, also das ist an und für sich das, was ich heute hier loswerden will. Wir wollen die, die uns vertreten, in dem Falle die Rechtsanwälte, die dort die Klagen eingereicht werden und das Rechtsverfahren betreiben. Wir wollen denen auch die Kraft geben und wir wollen allen anderen, die auf uns hier in Bautzen gucken, auch denen sagen, wir sind weiter dabei und wir sehen uns ja jeden Montag hier. Und auch für die wollen wir da sein, dass wir zeigen, wir halten das durch. Auch wenn ich heute ein bisschen stürm, wir halten das durch. Und wenn es in der Zeit prinzipiell ein bisschen stürmt, wir halten das durch. Das ist das. Und ja, das war der Mutmacher vom Wochenende. Danke. Ja, wirklich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte... Achso. Ja, liebe Freunde, wir haben uns hier zufällig getroffen. Leute von Regen und aus dem Widerstand hier bei Trudy in seinem Restaurant. Und wir feiern, wirklich, wir feiern euch. Ich feiere euch, super, 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 Bautzen. Es ist so eine wunderschöne Stadt. Und ihr seid so standhaft und ihr seid so toll. Ich komme bei jedem Fall wieder. Die Abendmachtung verabredet. Wir genießen den Abend jetzt noch. Bleibt weiter standhaft und sehr mutig und so tapfer. Und ich freue mich schon, dass es ein richtig toller Abend ist. Und ich freue mich mit euch allen hier reinzutauschen. Wir haben so ein wunderschönes Konzert mitgebrechen. Und hier auch so eine rührende Geschichte mitbringt. Und eine wunderschöne Stimme Ratio. Und es ist einfach... Also die Energie, die Atmosphäre hier ist gigantisch. Und liebe Bautzener, bleibt dabei. Wenn wir kommen, lausend. Genau. Das ist euer Applaus. Danke nochmal an den Albrecht. Das letzte war, glaube ich, die Sabrina Kohlmogen, die auch schon bei uns gesprochen hat. Und ich weiß auf alle Fälle, dass sie Anfang nächsten Jahres bei uns vorbeikommen wird. Was ich noch loswerden wollte, es gab... Oder es war gestern so bedeutsam, dass es zumindest der SWR gebracht hat und einen Beitrag bringen musste. Und dann habe ich so überlegt, wo ich den gesehen hatte, dass es so bedeutend, dass 600 Spitzenpolitiker hier plötzlich angeklagt werden wegen Verletzung der Menschenrechte. Das müsste eigentlich auch in der Tagesschau kommen. Und ich habe mir das dann einfach mal angeschaut und die Tagesschau ignoriert das noch. Und ich bin sehr gespannt, was der Generalbundesanwalt mit der Anzeige machen wird und auch den vielen Anzeigen, die in den Postkästen der Gerichte gelandet sind. Und ich möchte nochmal dazu aufrufen, je mehr solche Anzeigen, da gibt es so eine Postkartenaktion, in den Briefkästen landen, umso weniger kann man uns ignorieren. Und da kann doch Heid jetzt bestimmt noch was dazu sagen. Ach, ich muss ganz kurz, damit man nicht loskommt, Herr. Also, das ist diese Karte. Wer es noch nicht hat, meine Frau war so lieb, hat mal ausgedruckt, hat die bei sich, läuft ja mit. Dann könnt ihr euch die nehmen, ankreuzen, unterschreiben und in den Briefkasten der Staatsanwaltschaft im Gericht werfen. Ohne Polizeiabgäldingung vorreichen, theoretisch. Aber Briefkasten der Staatsanwaltschaft ist, denke ich, würdiger. Ach so, bei der Polizei geht mir ein Tagebuch nochmal, das ist natürlich auch interessant. Ja gut, okay. Also, wer eine Karte haben möchte, Katrin hat sowas. Ansonsten jetzt noch schnell die Werbetrommel. Die besteht eigentlich nur darin, dass es im Anschluss an den Spaziergang heute zwei penetrante Gäste gibt, die eure Läuse zum Mund ansprechen. Wo natürlich hat sich eingeladen, seid, da beizubringen. Und ansonsten der 25.12., der erste Weihnachtsfeiertag, für die, die sagen, Familie ist ja ganz hübsch. Aber ich bringe sie mit und wir gehen zur Demo. Wir werden am 25. auch wieder oben auf dem Kornmarkt stehen. Dann ein bisschen angepasste Form. Wir wünschen uns, dass wir zu dem Termin vielleicht mal unsere Faden und Transparente weglassen. Einfach Kerzen und Lichter mitbringen. Und das Ganze, ja, ein bisschen weihnachtlich irgendwie gestalten. Und am 1.1. starten wir dann auch kraftvoll. Das ist auch Montag, ebenfalls auf dem Kornmarkt. Weitersagen, dann geht es wieder richtig los ins neue Jahr mit neuen Strungen. Und das wird sehr, sehr spannend, da bin ich mir sicher. Die Landwirte haben uns auch zugesagt, dass im neuen Jahr wieder dabei sind mit Maschinen. Und, ja, sind wir gespannt, was kommt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir los. und dann geht das Mal wieder. Und jetzt, bitte.